Servus liebes Neumitglied, schön, dass du dich entschieden hast, bei der JU Bayern Mitglied zu werden. Herzlich willkommen bei uns. Du hast wahrscheinlich inzwischen schon deinen Mitgliedsausweis bekommen. Du kannst dich also aktiv jetzt in den Verbänden vor Ort mit einbringen. Aber nicht nur das, wir haben auch ein reichhaltiges Online-Angebot, wo man mitdiskutieren kann und so bei der Entscheidungsfindung der JU Bayern aktiv mit dabei sein kann. Beispielsweise haben wir das JU-Forum unter forum.ju-bayern.de. Einfach mitdiskutieren, Fragen stellen, Themen aufbringen und beim Agenda-Setting mit dabei sein. Andere Möglichkeit, wir haben auch den Twitter-Kanal, und zwar at JU Bayern heißt der. Da kann man sehen, was die JU Bayern alles so für Meinungen hat, was wir dort twittern. Ist ganz interessant und auch du kannst natürlich mit uns diskutieren auf Twitter. Oder auch bei unserer Facebook-Seite mit aktiv sein, mitdiskutieren, sehen, wo wir uns so rumtreiben, welche Themen wir so ansprechen. Da ist alles drauf, was man wissen muss. Und letzte Möglichkeit, unser YouTube-Kanal, den gibt es auch noch. Und da gibt es ein paar Filmchen, wie zum Beispiel das hier. Viel Spaß bei der JU Bayern! Da ist das, was wir clerben. Wir fünf, vier, vier. Bis zum nächsten Mal.